Zehntausende Infizierte, bald 2.000 Menschen, die an dem Coronavirus gestorben sind. Alle Prognosen sind eingetreten, also es war keine Panikmache. Einfaches logisches Denken hätte genug, um Schluss zu folgern, wie sich das Coronavirus ausbreitet. Doch wie geht es jetzt weiter? Klick's um Science & Fiction, hier gibt's täglich spannende Science-Videos, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen! Es gab nie seriöse Fachleute, die die schnelle weltweite Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 für unwahrscheinlich gehalten haben. Schon deswegen war die bisherige Entwicklung absehbar und die zukünftige ist es auch. Inzwischen hat sich auch das Robert-Koch-Institut aus Berlin zu Wort gemeldet und kann nach eigener Aussage eine Pandemie nicht mehr ausschließen. Inzwischen gibt es außerhalb von China mehr als 700 Infizierte allein auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess, das im Hafen von Yokohama in Japan unter Quarantäne steht, sind 355 Menschen infiziert. Rund 1200 PassagierInnen wurden getestet. Das heißt, ein Viertel ist erkrankt von den Getesteten. Allein das belegt die hohe Ansteckungsgefahr des Virus. Und es belegt, welcher Aufwand getrieben werden muss und in China betrieben wird, damit die Ausbreitung der Krankheit Covid-19, wird sie genannt, gebremst wird. Und in China sehen wir, wie schnell sich die Krankheit trotzdem ausbreitet. Rund 70.000 Infizierte, rund 1600 Menschen sind an der Infektion gestorben. Rund 10.000 sind inzwischen symptomfrei und wieder gesund. All das kann man auf die gesamte Erde hochrechnen. Und ein Fakt beunruhigt alle Fachleute. Die Krankheit kommt wie eine leichte Erkältung daher und verbreitet sich offenbar sogar noch schneller. Was auch daran liegt, dass man nur ganz leichte Symptome zu haben braucht oder auch fast gar keine, um die Krankheit zu verbreiten. Das Virus vermehrt sich schon im Rachen. Und darauf kann kein Gesundheitssystem vorbereitet sein. Selbst in Deutschland könnte es viel mehr Infizierte geben als bekannt. Dazu der Epidemiologe Gerard Krause im Spiegel. Es wäre denkbar, dass unter dem Radar des Gesundheitssystems auch in Deutschland kleinere, begrenzte Cluster existieren, die nicht weiter auffallen. Und die können die Infektion dann unerkannt verbreiten. Aber noch schlimmer wäre das auf einem Kontinent wie Afrika. Hier ist bisher eine einzige Infektion entdeckt worden. Ich hatte hier ja schon vor einiger Zeit das gefährliche Potenzial in Afrika beschrieben. Inzwischen haben auch Forschende diese Gefahr benannt. Zum einen ist es extrem seltsam, dass es dort bis jetzt nur einen Menschen gibt, der infiziert ist. Und das obwohl zwischen China und Afrika reger Reiseverkehr herrscht. China hat dort Milliarden investiert und allein in Wuhan, also da, wo die Infektion ausgebrochen ist, studieren 500 AfrikanerInnen. Sprich, die Gefahr durch ein solches Cluster weltweit ist immens. Wenn es nicht Deutschland ist, dann ist es vielleicht irgendein Land in Afrika. Bill Gates, Gründer von Microsoft und jetzt mit seiner Frau Kopf der Melinda- und Bill-Gates-Stiftung befürchtet Schlimmes. Zitat Es gibt viel, was wir nicht über diese Epidemie wissen. Aber es gibt auch viel, was wir wissen, das zeigt, dass sie sehr dramatisch werden könnte. Besonders, wenn sie sich in Gegenden wie dem südlichen Afrika oder dem südlichen Asien ausbreitet. 100 Millionen Dollar, umgerechnet 92 Millionen Euro, wird die Stiftung von seiner Frau und ihm zur Bekämpfung der Epidemie und für die Entwicklung eines Impfstoffs bereitstellen. Es spricht leider alles dafür, dass sich die Verbreitung nicht mehr aufhalten lässt. Mindestexpertinnen hoffen jetzt, dass die schnelle Ausbreitung aber zumindest möglichst lange hinausgezögert wird. Zwar stehen die Chancen laut Fachleuten schlecht, dass noch vor dem Beginn der Pandemie ein Impfstoff gefunden wird. Aber vielleicht findet sich schon vorher ein Medikament. Wir hatten hier ja über eine künstliche Intelligenz berichtet, die vielleicht einen Wirkstoff gefunden hat. Und auch wenn es hier in Deutschland neben den 16 Infizierten noch mehr Menschen geben sollte, die infiziert wären. Die Wahrscheinlichkeit, hier in Deutschland angesteckt zu werden, ist statistisch gesehen nahezu null. Erst wenn die Epidemie in einem Land ausbricht, das dem Ausbruch nicht Herr wird und die Infektion in der Folge über die Erde schwappt, dann sollten wir uns hier Sorgen machen. Und dann kann es auch hier zu erheblichen Folgen führen, weil es wahrscheinlich nicht vermeidbar sein wird, dass sich jeder ansteckt. Niemand hat Antikörper gegen das Virus SARS-CoV-2. Das wird also wahrscheinlich passieren, aber nicht heute. Die Gefahr ist also sehr real, aber noch nicht hier in Europa angekommen, auch wenn hier schon ein Infizierter gestorben ist. Das war ein 80-jähriger Mann, der aus China eingereist war und durch den Erreger eine schwere Lungenentzündung bekommen hat. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Wenn eine Pandemie ausbricht, müssen sich vor allem Männer über 60 mit einer Vorerkrankung Sorgen machen. Noch soll kein einziges Kind an dem Coronavirus gestorben sein. Wir haben eine Playlist mit allen wichtigen Infos zur Infektion zusammengestellt, dafür hier klicken. Und wir freuen uns über jede Unterstützung für unsere täglichen Videos. Werdet gerne Kanalmitglied, da bekommt ihr die Videos auch früher vor allen anderen. Das geht hier unten unter dem Video oder auf der Kanalseite. Also draufklicken, angucken, abonnieren. Clixoom Science & Fiction. Bis dann. Bleibt dran.